ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge bussimulator 18 heute wieder mit dem centex hallo und wir haben eine aufgabe bekommen wir haben jetzt ein neues stadtgebiet und ich plane eine strecke mit maximal sieben haltestellen von oakville über siegwalden und den speichen des business parks und centex macht die zweite route und dann wollen wir doch mal gucken ja bei den oakville beginnen ja siegwalden gut dann mache ich mal eine neue strecke von oakstraße und in die speichen des business parks der business park ist der astra park oder ja die speichen das ist gemeint ok gut und jetzt soll ich die im rundfahrt modus dann einmal fahren und jetzt hat seine strecke mit sicherheit auch gleich fertig jetzt haben wir zweimal die linie 6 ich bearbeite meine eben so und dann wollen wir mal beide routen einmal abfahren oder ich mache die fünf oder welche willst du ich wäre einfach meine gefahren ich nehme mir den seetra ja man wollte dass wir mal bei regen fahren deswegen fahren wir mal an einem regnerischen start und wir starten die fahrt heute ist ein nationaler feiertag mehr leute als üblich werden den bus nehmen und ich sitze mit der auger na lecker na lecker so da will jemand eine fahrkarte haben eine senioren einzelfahrkarte eine standard tag fahrkarte eine standard tag fahrkarte alter jetzt kaufen wir alle tickets eine standard wochenkarte so dann wollen wir doch mal auf alle weg wir entwickeln sich keine polizum hier ist die fahrkarte alle haben eine gute fahrkarte ah nein der hatte keine die zwei hatten keine bei mir lohnt sich das schwarz fahren einfach nicht im betrieb okwil zentrum 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 Endlich haben wir auch gebraucht. Ja. So, da sind wir wieder. Ich musste gerade was machen. Unsere Sicht wurde angerufen. Ich habe ja heute Geburtstag. Und ähm... Ja. Bentex? Ja? Hast du schon mal einen UFO hier im Spiel gesehen? Nee. Einer meiner Fahrgäste meinte gerade, er hätte einen UFO gesehen. Ja. Also ich kann definitiv nicht bestätigen, dass das Spiel viele Frames frisst. Ich meine, ich komme mit dem Laptop auf hohen Grafikeinstellungen. Habe ich flüssig erfährt. Ja. Eine Fahrkarte bitte. Eine Standard-Tag-Fahrkarte. Noch eine Standard-Wochen-Fahrkarte. Noch eine Standard-Wochen-Fahrkarte. Warum blinkt man im Kreise links? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eine Standard-Wochen-Fahrkarte. Noch mal 2 Euro. Eine Senioren-Tag-Fahrkarte. Eine Senioren-Einzelfahrkarte. Hmm. Ja, hier ist die Fahrkarte. Und wieder ein Schwarzfahrer erwischt. Du klingst so, als wäre der PC wieder überlastet. Okay, einen Moment. Geht's jetzt wieder? Ja, ist besser. Oh, ein Dreckschlagflöcher. Schlagflöcher? Ja. Hm. Die geben die Minuspunkte. Hm, das ist... Ich seh die manchmal gar nicht. Beim Regen sieht man die echt kacke. Die sind dann halt vollgelaufen, so nach dem Motto, ne? Ja. Und der eine Stimme klingt wieder wie ein Roboter. Hui! Also, so wie ich finde, die Flächen ist aufgenommen. Ungefähr. Okay, muss ich gleich mal gucken. Ich brauche eine Fahrtkarte. Ich brauche eine Fahrtkarte. Danke. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrtkarten. Hm. Danke. Oh, ich habe Passagiere zurückgelassen. Gibt aber glaube ich daran, dass mein Bus voll ist. Das ist nicht so. Auf jeden. Also, ich kann viel schmerzen. Und die Musik viel sonst. Und das ist so. Alles! Jetzt habe ich minimale Verspätung. Ich habe gerade einen Zug gehobt. Das könnte halt wirklich sein. Yo, mein Bus wird gefühlt komplett leer. Eine Fahrkarte, was möchten Sie denn? Eine Seniorentag-Fahrkarte. Antics, hat es sich wieder gebessert? Ja. Okay. Ja. Schlagloch erwischt. Beim Regen siehst du es halt wirklich nicht, ne? Und dann stimmt Leck schon wieder. Hi. Ich muss gleich mal gucken, was mit dem PC nicht stimmt. Also in der Aufnahme wird sich das vermutlich nicht... ...bemerkbar machen. Wie oft wollen sie die... Wo hab ich... Hier ist die Fahrkarte. Wie oft wollen sie die... Wo hab ich... Ich hab ihnen meine... Hier. Nein. Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon... Klar. Sie haben meine Fahrkarte schon... Hier ist die Fahrkarte. Na was? Na was? Was? So. Unfall. Er ist mir reingefahren. Ich hab zwar vielleicht ein bisschen... ... ... ... Nächster Halt, Restspeicher. Was? Was? Was ist denn hier gelandet? Tschüss. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Eine Standard-Einzelfahrkarte. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Okay. In herz. Ein Beispiel. True Personen am Kapitel mit den man sp캎ern lashesTIansko. Was? Ja. Wie oft wollen Sie... Hier ist die Fahrkarte. Sie haben eine Fähre. Sie haben meine Fähre. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gesagt. Freuen Sie die dann... Augenblick. Ich habe Ihnen meine Fähre. Sie haben meine Fahrkarte. Ich Ihnen schon gezeigt. Ja klar. Hier. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gesagt. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ja. Ja. Nächster Halt. Ostspeicher. Nächster Halt. Ostspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. Und wie weit bist du, Sentex? Ich fahre gerade noch eine neue Linie. Ah, okay. Gut, ich werde an der Stelle dann... an der Ostspeicher dann die Folge beenden. Und dann mal gucken, was mit meinem PC los ist. Jo. Da gab es einen Unfall. Und dann mal gucken, was mit meinem PC los ist. So, dann muss ich jetzt noch zum Depot fahren. Und drücke... Komm, machen wir so. Gut. Perfekt. So. Dann wäre es das aber erstmal für die heutige Folge. Aber wir haben gleich alles schon abgeschlossen, ne? Gut. Wir sind dann erstmal weg. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Let's Play Bus Simulator. Ja, bis dahin. Und bye, bye. Ciao.